Ich begrüße euch zu einem weiteren NPBL Spieltag hier auf meinem Kanal. Heute geht es ran gegen die Snomni, die sich bisher im Doubles in ihrer ersten YouTube-Liga bewiesen hat. Und bin gespannt, wie es weiter verläuft. Sie hat ja bisher ziemlich gut performt, dafür, dass sie zum ersten Mal wirklich in Doubles-Liga gespielt hat. Und dafür ist sie überhaupt generell zum ersten Mal eine YouTube-Liga gespielt hat. Ich glaube, sie hat Singles-Liga-Erfahrung mehr. Ich muss hier gerade das Team auswählen, weil ich es vorher nicht gemacht habe. Ich bin gespannt, was sie uns so ein bisschen fährt. Aber prinzipiell, wo wir gerade bei Fährt sind, Pampros Blitzer sieht halt schon ziemlich gut aus. Muss ich da irgendwie was machen? Ist das jetzt drin? Ja, ist es jetzt drin. Prinzipiell, Pampros Blitzer sieht sehr, sehr gut gegen sie aus. Aber auch so ein Blitzer-Ledle, das sieht auch so super aus. Prinzipiell, wenn sie jetzt irgendwie Soak Intellion spielt, ist ein bisschen... Aber trotzdem gut machbar. Aber Blitzer ist auch gut gegen Intellion, deswegen schauen wir mal. Also, ja, wir wählen natürlich das Team aus. Und gehen auf jeden Fall rein. Ich bin, wie gesagt, man sieht es ja auch schon fertig. Ich bin so ein kleines Klappermaul manchmal davor. Ich bin so ein kleines Klappermaul. Also, inwiefern schreckt mich das ab? Und dann könnte ich vielleicht noch Terry Silver nehmen für Speed Control mit Trick Room. Das ist so eine Sache. Aber sie hat Cronon dabei. Deswegen weiß ich nicht, Mann. Deswegen weiß ich nicht. Aha, Trick Room wäre auch super. Aber der supportet halt Miguel Diaz nicht so wirklich. Aber der ist halt auch mega strong gegen sie. Das weiß sie auch. Deswegen hat sie auch beide ihre Water-Dives mit. Wow, okay. Das ist heavy. Aber ich glaube, ich könnte halt wirklich einfach Terry Silver mitnehmen, oder? Boah. Was ist das? Sie machen das jetzt. Ah, sie hat es auch noch nicht ausgelegt. Oh, ob Blitzer Lelieb direkt halt so die beste Entscheidung meines Lebens ist, weiß ich nicht. Aber prinzipiell outspeed jetzt halt. Boah, wenn sie Scarf Tailwind ist, ne? Das könnte vielleicht auch so eine kritische Sache sein. Aber have fun. Have fun. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird gegen die einzigartige Snom-Nay-Nay. Gucken wir erstmal, was sie liebt ist, denke ich mal. So, mit was liedet sie? Sie liedet mit Mr. Krabs und Tinkerbell. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Kann ich nicht einfach? Was hat sie denn, um den Switch-Out zu covern? Ich glaube, Moonblast-Switch-Ins hat sie eher weniger. Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, Moonblast-T-Bolt covert halt alles, ne? Ähm, ja, falls sie irgendwie Fokus gut mit Mr. Krabs ist. Ich könnte auch Zauberschein drücken. Ich glaube, Donnerblitz-Zauberschein wäre eigentlich ganz fein. Komm, wir machen das. Ja, komm, wir machen das. Das covert halt viel. Ich glaube, wenn wir Krembo-Jog weg haben... Mhm. Das kommt rein. Dumbo's Mama. Aber wir kriegen einen Chip. Und das ist cool. Wir kriegen ein bisschen Donnerblitz-Schaden auf den. Uh, das Ding ist so heavy, ne? Also... Belastend. Mondgewalt. Mondgewalt. Special Attack-Name. Ähm... Ja, ich würde sagen, ich gehe erstmal auf eine Spaß-Kanone und pivote raus in Terry Silver, würde ich sagen, oder? Naja, können wir immer noch mit einem... Ja, komm. Wir pivoten raus in Terry Silver und gehen auf eine Spaß-Kanone. Da könnt ihr zum Speed-Sort kommen, ist klar. Ich weiß, ja. Aber ist nicht schlimm. Weil wir haben dann das Ding ein bisschen runtergechippt und wir können theoretisch dann auch ein Bizarro-Raum raus. Ah, wir wollen eigentlich kein Bizarro-Raum rauslegen. Wir wollen eigentlich Body-Press einfach in den Slot drücken. Und das wäre so ein bisschen das Wichtige. Und dann haben wir jetzt auch schon mal so ein bisschen Chip. Und das ist auch das Wichtige. Aber die Parasakt, ich glaube, sie wollen Speed-Sort mit dem Drücken. Ah, okay. Ähm... Aber wie gesagt, wir haben ein bisschen Chip bekommen. Und das ist halt das Wichtige. Das ist halt wirklich das Wichtige. Ja, wir gehen raus mit Sam Lairusso und wir gehen in Terry Silver und dann gehen wir ein bisschen auf die Spaß-Kanone. Und dann sollten wir eigentlich auch... Ähm... Boah, sie maxed wirklich? Ha! Das ist actually nice für uns. Das ist actually nice für uns. Ja! Gehen auf die Spaß-Kanone. Wir kitzeln Dumbo's Mama so ein bisschen, damit sie keinen... Damit der Angriff und die Verteidigung senkt. Äh... Pollenknödel, sie hat jetzt wieder hoch. Okay. Eissach! Uh! Dünner Stahlzeit kommen, das ist okay. Okay. Frage ist, wer ist halt schneller so, ne? Ähm... Ja, ich gehe weiter auf die Spaß-Kanone und erstmal auf den Body-Press. Ich hätte jetzt gerne Ehrlich gehabt, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich schneller bin. Ja, wir gehen weiter auf die Spaß-Kanone und auf den Body-Press. Äh... Solange jetzt... Patina Racha ist eigentlich dafür bekannt, mich zu critten, ne? Äh... Deswegen gucken wir mal. Spaß-Kanone kommt weiterhin. Alles fein. Wir haben immer noch den Sash. Ja. Das kommt. Mondgewalt kommt. Auf das Glitzer. Wie macht das? Alter! Alter! Was will ich denn machen? Ähm... Ich gehe weiterhin auf den Donnerblitz in Tinkerbell und ich gehe auf den Body-Press, ganz ehrlich. Ja. Ja, dadurch, dass sie halt keine Dünner-Steine-Dach-Kanone hat. Ha! Sieh, ich... Sieh, 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 sieh spielt Blend-Puder. Okay! Ah! Ah, okay, okay. Wieder Erdstoß. Ja, okay. Ist fair, ist fair. Ist fair. Ähm... Ist sehr fair. Ha! Ja? Dann war es definitiv nicht mal Play. Und dann war es definitiv nicht mal Play. Ähm... Ja, ich... Gehe in Sam Naruso. Wenn ich ehrlich bin. Ähm... Ja, ich gehe auf eine Mondgewalt in Tinkerbell und auf den Body-Press, ne? Ja, dann passt das. Dann passt das. Was? Äh, ja, äh... Game 1, äh... Äh... Also, Blitze hatte mal wieder Bock. Das... Das war so ein bisschen die Sache. Ähm... Mondgewalt sollte aber jetzt... Äh... Sie hat Blend-Puder. Da war ja was. Äh... Ah, Gott. Snowy, warum tust du mir das an? Äh... Also, Snowy, warum tust du mir das an? Äh... Okay, bitte triff einfach. Bitte triff einfach. Obwohl der Body-Press-Kill ist oder so. Bin ich ehrlich. Aber wir wollen eigentlich auch keinen Chip haben. So ein Double-K.O. wäre schon jetzt relativ cool. Ja? Wäre jetzt cool. Und der hat jetzt keinen Moon-Blast-Switch-In mehr. Das heißt, ich kann mit Scarf Moon-Blast eigentlich die ganze Zeit hier attacken. Bitte kill. Du bist modest. Du bist modest. Du bist modest. Danke. Und ein Body-Press. Yes. Okay. Äh... Jo. Rebutac ist noch da. Und was ist das letzte Mal? Ich bin schon fast gewollt, da jetzt einfach... Wenn es Leg-Dragon ist, einfach Leg-Dragon mit Moon-Blast zu killen. Bin ich ehrlich. Okay, der ist... Ähm... Ist es... Ist es jetzt mein Play, Lele zu maxen? Lele ist halt nicht schneller. Aber ich glaube, Mr. Krabs protected Mondgewalt. Ich glaube, der ist ein Body-Press. Ich glaube, der ist protectant. Nein. Protectant nicht. Ah! Okay. Okay. Das habt ihr nicht gehört. Okay, der lebt. Ich glaube, ich glaube, wir müssen einfach Max Rock volldrücken, oder? Muss ich wohl. Ah! Ich hätte gleich Mele maxen sollen. Warum wird es jetzt nochmal knapp? Ich weiß es nicht. Er muss jetzt einfach Prebutac rausnehmen und dann hoffen halt, dass der Max Rock vollreicht. Ah! Gott! Sind beide die Rewarders dabei gehabt. Ah! Pump raus, bitte! Oh mein Gott! Okay! Okay! Bisschen dich! Bisschen dich! Da kommt die Wasserdüse! Oh! Dios mio! Das war sogar ein Crit! Ah! Okay! Bitte kill jetzt einfach mit dem Dynabrocken, okay? Es ist wichtig! Es ist wichtig! Nein! Ich muss auspeden, aber ich auspede nicht. Ah, okay, sie hat mit Kributa, glaube ich, gewonnen. Vielleicht chokt sie, geht auf eine Wasserdüse, aber ich glaube, den lebe ich. Ah, okay, das lebe ich nicht, okay, der erste Kampf geht an sie, ah, okay, ja. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich, äh, ich glaube, Totok ist der Play, oder? Ich glaube, ich muss mit Totok machen, sie ist zu gut auf Pampros geprappt, der war aber auch echt gut gegen sie. Der ist aber auch echt gut gegen sie. Ja, ich muss mit Totok arbeiten. Hab da keine andere Wahl. Oder mit Totonator. Ah, ne, ich muss mit Totok arbeiten. Ich glaube, ich muss Totok, äh, Totok Blitzer, Lele in the back. Ja, und das letzte Wort ist dann so eine Frage, ne? Ähm, ja, ne, äh, Madsdale ist halt auch geil, ne? Der pavittelt vor allem ganz gut den... Ne, ich glaube, ich nehme echt nach Toton mit, weil der ist halt wirklich mit Bodypress und so richtig geil. Ich darf, ja, ich nehme die, ich nehme die, äh, ich nehme 2, 3, 4, 5 mit. Ja. Muss ich wohl so machen, wie es ist. Ah, ja, der Water Squad war dann doch ein bisschen zu viel für das Madsdale. Hm. Ja. Muss die beiden nehmen. Muss den nehmen. Muss den nehmen. Also, es scheint mir so. Totok ist gerade richtig, richtig gut. Aber sie nimmt safe Leckler mit. Aber ich habe die Katz Heilbeere. Und da kann ich halt einfach mit Fake-Distin wegschallern. Ja, das ist halt gut. Ja, ich, ich, ich. Totonato hat noch zu weniges Bedeff, aber der wäre halt auch bestimmt richtig geil, aber sie hat Leckdragon. Leckdragon wird echt gut dagegen streben. Besser als gegen Totok. I, I, I have to. Ich, ich muss das machen. Ah, das, obwohl ich noch meine Max hatte. Damn, son. Damn, 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 damn. Ja, ich glaube, Leckdragon lead kommt auf jeden Fall, oder? Muss ich halt leider Trug-Drehen drücken. Muss ich halt leider Trug-Drehen drücken. Sie hat auch auf jeden Fall eine Initiative-Tausch. Hm, ja, wir schauen mal, was jetzt kommt. War aber auf jeden Fall... Boah, Totok wäre letzte Runde so gut gewesen, ne? Ich glaube, ja, der hätte das halt noch gewonnen. Machst du nichts? Da, da war doch, da hat sie doch den Pranger von Max sehr zu sehr gesehen, ne? Da kommt jetzt... Ja, okay. Oh, 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 ah, okay. Ähm. Ja, äh. Ich kenne die Trug-Drehen noch nicht. Und... Dünner Frost wäre cool, weil ich weiß jetzt nicht, ob es die Sersche oder nicht. Dünner Frost wäre cool auf Fox. Obwohl da... Ha. Ja, ich mach's. Ich mach's, ich mach's, ich mach's. Ich weiß, ich kann jetzt auch nicht wirklich direkt ein Elektro-Gon-Pilmeten, ne? Ah, ich klicke jetzt einfach stumpf, Faktis. Könnt jetzt Dumbo's Mama kommen. Aber dann hat's ein Faktis-Intus. Ich hab' ja, ob sie die Sculpt-Linse hat. Mhm, 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 mhm. Ich hoffe, wir haben G-Max eigentlich... Ja, wir haben G-Max, oder? Aber das wär' jetzt ein Fail. Das wär' jetzt ein Fail. Oh, Gott sei Dank. Okay, mal gucken, was sie fort. Max zumindest nicht. Sie maxed zumindest nicht. Vielleicht Double Protect. Ne, Torn Protected nicht. Da hast du zumindest schon mal ein Sash gebrochen. Oh, Rückenwind. Okay. Ist, glaub ich, aber okay. Hab' jetzt nur leider mein eigenes Sash gebrochen. Aber auch den von Intellion. Oh, Intellion hat's gar kein Sash. Oh, Skoplin ist okay. Oh, crit. Okay. Ähm. Gut zu wissen, dass es Dix-Hash ist. Okay. Boah, wenn jetzt... Was kommt jetzt rein, ist die Frage, ne? Also, wenn jetzt Leck Dragon kommt, ruhig einfach Kula-Augen. Äh. Kula-Augen und, äh... Einmal Diner-Wall. Tinkerbell kommt rein. Okay. Oh, also. Ne? Also. Okay. So. Ne? Ähm. Ich glaub, so ist die Soundzeit, die seid ihr von mir nicht gewöhnt. Ähm. Ja, Donnerblitz und, äh... Ich hätt' schon gern den Gigabeschuss-Chip, ne? Hätt' den schon gern. Ich hab' Angst. Ich hab' Angst. Der killt mich, glaub' ich. Mmh. Mmh. Aah. glovesuck translate. Ahem. Mormürger-Jug. Also, ich hab' ja letzte Season Intell Brilliant gespielt, hm, fellas. Und jetzt weiß ich jetzt meine Gegner gefühlt hab' Das ist ja Gigastress Okay. Also, äh... Das ist... Das ist stressig. Das ist stressig. Kann man auch schon so sagen. Das ist, eine Double-KO, ne? Oh, ich lebe sogar noch im 1HP, ja, ist noch ein Mon dabei und das ist halt noch, ja, das könnte Krebotak sein, ne, wie viele Runden, Tailwind haben wir noch, kommt jetzt Krebotak oder Elektron rein, oh nein, es ist Mr. Krabs, ähm, ganz ehrlich, wie viele, wie viele Runden, Tailwind sind noch draußen, 2, ich glaube, sie geht nicht auf, äh, ich gehen, ich gehen Terry Silver und, äh, drück die nach Faust, ja, das ist meine letzte Dynamax-Runde, da bringen mir die Dynamax-Runde nichts, ich bin auch voll, ich glaube, sie geht halt nicht auf Blitzer, das heißt, ich kann dann nochmal eine Dynamax-Runde aufstallen, Aber wir spielen es ja safe, so, dass wir halt auf jeden Fall genug Sex haben, definitely, okay, also, Krona und MVP heute, oder wie, äh, freut mich, sie hat's, äh, glaube ich, vorher noch nicht mit dabei gehabt, also, ist toll, das ist gegen mich, ist plötzlich, aber ey, äh, ich hatte auch Angst vor dem Team-Building, ich glaube, das habe ich am Team-Building-Part gesagt, äh, Team-Building-Video gesagt gehabt, äh, ja, okay, Oh, ich war gerade verwirrt War gerade minimal verwirrt Ähm Oh, ich glaube, es ist halt, hell halt safe, jetzt, äh, Protect zu drücken, oder? Ähm, wir können ja im Nachhinein nochmal auf die Aurasphäre gehen Ja, Bro, ich glaube, ich, 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 ich drücke einfach, ne, ich, ich, ich drücke einfach Body Press und, äh, können wir mal gucken, wie viel, wie, wie viel sie uns macht Äh, short shit Ich bin mal gespannt, tanken wir einen Life Orb Max Darkness Hey, da würden sagen, nein Nein, tust du nicht Okay, wir haben den Cobra Berry Oh, wie viel Ich habe Angst, ich bin voll Fistab eigentlich Ah, ha, 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 Helping-Head reicht, okay, gut zu wissen Oh, Helping-Head reicht es nicht Ah, die aus mir Ja, wir zeigen jetzt einfach nur den Body Press Jetzt müsste Tailwind eigentlich aufhören, oder? Jetzt müsste es aufhören Ja, okay Ja, äh Ich glaube, sie darf wissen, dass ich Aurasphäre hat, wenn sie Max Fighting gesehen hat Also, passt schon Hauptsache, ich gewinne es jetzt einfach safe Ähm, und auch speeden kannst du mich eh nicht Ich bin auf Lektagong, Speed Creeps Aber, Turtok ist der Ist der Gewinner Turtok ist auf jeden Fall der Gewinner hier Mr. Miyagi Boah, 1-1, okay Ja, gut Junge Okay, Aurasphäre sollte es eigentlich Ist Heddle oder haben wir in Game 2 gewonnen Okay, perfekt Äh, ja Jetzt muss sie, glaube ich, wirklich Lektagong mitnehmen Sonst hat sie ein Problem gegen Turtok Und wie coveren wir das? Wie coveren wir das? Ja, das ist eine gute Frage Wie coveren wir das? Aber wir können eigentlich wieder dasselbe machen Ähm Wir können wieder dasselbe machen Ich glaube, ich mache wieder dasselbe Weil sie weiß ja noch gar nicht, was ich dagegen mache Wenn sie damit lidet Ähm Ich würde jetzt einfach Faktis drücken Max Hailstorm dann gegen Lektagong, wenn sie es mit hat Äh, und dann dementsprechend halt den einfach rauslocken Und dann würde ich halt einfach Wäre ich mega low Das muss man halt sagen Äh, easy rangeable Aber da habe ich halt noch Lele Ne Und dann muss ich halt gucken, dass ich Oh Da kann ich mich, glaube ich, aber nicht safe locken, ne Muss ich ein bisschen mit Echner Toll arbeiten Mit Spaßkanonen und Bodypress Könnte hässlich werden Aber Wir machen es trotzdem Wir machen es trotzdem Ich glaube, wenn ich mir da jetzt irgendwie was aus den Fingern saugen möchte Würde es jetzt schief gehen Ich glaube Es ist immer mein Play, das zu machen Ich habe aber wirklich auch Angst vor dem, äh Dem Elefanten Ganz ehrlich Ich habe diese tierische Angst vor dem Elefanten Deswegen bin ich mir mit Lele nicht ganz sicher Ah, sie nimmt halt ihre Wallops Gepap aus mit Und das ist halt ein bisschen doof Stingray als Midground Keine Ahnung Glaub, ich muss einfach Blast treffen, oder? Oh Ein Totalk ist schon ziemlich nice Das Ding ist halt AV Vielleicht können wir das vorne rein wispen, irgendwie Dann Bodypress nachbearbeiten Muss ich was machen, oder? Oh, sie ist schon einsatzbereit Okay Äh Wie probiert es aus? Ganz ehrlich Äh Vielleicht klappt es ja nochmal Wir müssen halt nur ein bisschen gucken, wie wir mit Leckdrauer vorgehen Red Game Leckdrauer, das wäre ein bisschen eklig Aber, hm, wobei gar nicht mal Ich habe Lele Ich habe Lele Gar nicht mal Ja gut, dann auch ein schönes Letztes Match So Oder auf jeden Fall 2-1 für irgendjemanden Mal gucken, für welche Person Am Ende des Tages Happy on Fox Ah, okay, 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 okay Ähm Ähm Pivote ich erstmal raus Ich glaube, ich pivote erstmal raus Und, äh Ich glaube, ich pivote wirklich erstmal raus Und gehe einfach auf den Auf die coolen Augen Haa Oder auf den Donnerblitz in Thorn Und auf den Sash springen Aber sie ist halt Regenerator Ganz ehrlich Ich drücke, glaube ich, einfach die coolen Augen Happy, oder? Ja Ich glaube, ich drücke erstmal die coolen Augen Weil ich glaube, sie max Ich glaube nicht, dass sie unbedingt protected Oder? Ah, wobei, um die Spaßkanone zu Dings, ne? Ja, sie maxed Okay Ja, wir gehen auf die coolen Augen Wir haben Spaßkanone Und coolen Augen Für genau diese Situation Weil jetzt kommt nämlich erstmal der Tailwind Und wir können halt öfter mit coolen Augen Das Ding runterhauen Und das ist okay Mh Ich muss halt so ein bisschen aufhauen Ich muss halt so ein bisschen aufpassen Ja, wir gehen, äh Oh, DinoWall Okay, aber das nehme ich ehrlich gesagt Das nehme ich Ja, ich nehme Ich setze, ich setze coolen Augen Will-O-Wisp ein Also, sie könnte jetzt Torn natürlich haben Ist klar Aber ich gehe jetzt weiter auf Ich gehe natürlich auf coolen Augen und ihr Licht Also, dass das Happy ja so wenig wie möglich macht Ist halt wichtig Coolen Augen hat Priorität Ja Ähm, ich muss nur das Torn halt irgendwann wegkriegen Halt wichtig Okay, sie hat Föner Ja gut Okay, dann ist es so Dino, Erdstoß Ja, wir haben Sesh Oh, das ist meine Sorge Er taunt war halt abzusehen Aber ich wollte trotzdem jetzt X-Over predicten hier Ähm Ich glaube, ich muss Ich tritt weiter coolen Augen Und ein bisschen Body Press Brauche ich halt auch Ja, jetzt die letzte Dynamics Runde Ja, auch Trick Room hätte mir da nichts geholfen Ich muss jetzt ein bisschen nochmal auf coolen Augen gehen Und dann Und dann das Ding halt ein bisschen down Down halten Boah, und dann Kann es sein, dass sie vielleicht sogar Lele maxen müssen Ich weiß nicht Nee, eigentlich nicht Eigentlich nicht Wir müssen nur irgendwie im richtigen Moment den Ja, wir haben jetzt auch Minus 2 Sie trifft Okay Schade Du, der Erdstoß Okay Kümmern wir den Ja, ich muss den Mr. Miyagi jetzt gehen Und max helst umdrücken Das ist ein bisschen die Sache Max zurück Okay Und Das Problem ist halt Ich bin auch getort Ähm Muss aber trotzdem Dünald Frost Ausdrücken Sie sind auch plus 2 Boah Schwierige Kiste Das Heißt, wie das Booster ein bisschen doof Was Das wird jetzt auf jeden Fall Noch mal ein bisschen close Ein bisschen close Ich habe im letzten Zu viel American Death geguckt, glaube ich Der Bodypress wird aber gut sein jetzt Das 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 könnte vielleicht ein Fehler gewesen sein Ähm Oder? Ich weiß nicht Ich habe auf jeden Fall Bodypress in das Wort gerückt Das kommt jetzt Okan Gut gehabt Dünald Frost kommt Wir haben den Search auf jeden Fall gebrochen Von Äh Torn Ja Und dann gucken wir mal Oh ja Das ist gut Ok Hört jetzt Tailwind auf Best case Wir werden Tailwind und Torn aufhören Aber wir können jetzt auf den Wasserangriff einfach gehen, oder? Ja Veröner wirkt Ah Hahaha Weil jetzt muss ich nämlich entscheiden Geht sie jetzt auf Rückenwind Oder geht sie jetzt auf Äh Auf was geht sie jetzt? Die Frage, ne? Hm Ja Was machen wir? Ist die Frage Ähm Ähm Ja, ne Die Sache ist, stimmt halt eh Wir gehen auf Gigabeschuss Da ist jetzt die Frage Wir rücken wir da noch nicht Ok Ah Hm Ich dachte jetzt kommt der Torn Ein halt vieles Bedef, ne? Hohe Gewalt Oh, ok, ok, ok Ähm Jetzt die Frage Reicht jetzt, äh Hagel plus Dings Ich hab, ne Also du musst machen Das stimmt auf jeden Fall Äh Der reicht nicht, ne? Nächste Runde, aber Und der stimmt Oh, ja Wir haben jetzt noch eine Dynamax-Runde Und jetzt kommt es halt drauf an, ne? Das ist vor Äh, das ist jetzt Ah, das ist so 50-50 Und ich hasse es Ich hasse es Ich hasse es Weil geht es jetzt auf Tailwind Oder auf Taunt? Ne, geht es jetzt auf Tailwind Oder nicht Ah Ja, 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 ja Was soll ich machen? Ah, es ist jetzt so 50-50 Ah, wenn ich jetzt auf Trick Room zum Beispiel gehe Aber sieh nicht auf Tailwind Hab ich halt ein Problem Aber wenn sie jetzt auf Tailwind geht Ah Das ist halt schwierig Weil Wenn sie auf Tailwind geht Müsste ich jetzt auf Trick Room gehen Damit ich das ausgleiche Damit Lela auf jeden Fall schneller ist Als die Sachen Ähm Wenn sie aber jetzt Auf Tailwind geht Und ich halt nicht auf Trick Room gegangen bin Oh, da ist er irgendwie nicht Schade Schade, schade, schade Reicht, oder? Okay Jetzt heißt es halt noch Drei Monds Gegen ein letztes Im Rückenwind Äh Ja Ja Ich glaube Ich glaube Sie hätte Sie hätte Sie hätte Verwöhner oder Rückenwind Oder irgendwie sowas drücken müssen Nicht Orkan Ich glaube Das war ihr Missplay Sonst hätte sie das Denke ich Gewinnen können Das war sowieso Wenn man eine Fifty-Fifty Ob sie jetzt auf Taunt Oder auf Tailwind geht Good Lord Aber ich glaube Orkan war ja in dem Fall Nicht Ihr Play In Talion kommt Okay Ja, ich Äh Ja, ich muss auf Trick Room gehen Trick Room und Bin ich schon In Torrent Range Ja, ich gehe auf Auersphäre und Trick Room Glaube ich Ja Obwohl Lele lebt ein Wir sind in Torrent Range Das heißt Wir müssen jetzt Ne Akku-Aubize drücken Oder? Ja Safe in Torrent Range Mit Tour Talk Oder? 32 KP Ja Sind wir Ja Dann Äh Dürfen wir Jetzt nicht Gecritet werden Ja Alter Wie macht das denn? Ich glaube wir hätten Crit überlebt, oder? Oh Ja 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 Alter Was war das? GG Snowmni Heiliger Bimbam Alter Falter Was war das für ein Match? Okay Boah, was soll ich sagen Ähm In Game 1 war halt Hat's mir echt gezeigt Jo, Papras hat doch nicht so ein gutes Matchup plötzlich Weil der war eigentlich ziemlich nice Der war eigentlich ziemlich nice Äh Game 2 was soll man sagen da war total heißt und ab da habe ich halt gemerkt zu doch richtig gut ist hat sie gemeint hat das tut doch richtig gut gegen sie ist wenn sie lecker war nicht dabei hat sie mitgenommen und dann war das halt dann wieder so positioning sachen ich glaube hätte sie da ich glaube jetzt wieder die 50 50 mehr so wahrgenommen ich auch kann gedrückt ich glaube ja dann wäre das sehr richtung münzruf gewesen ja ich kann es jetzt am ende des spiels jetzt nicht direkt analysieren vor allem auf wifi ist immer so ein bisschen schwer finde ich aber prinzipiell ja gut mehr muss glaube ich dazu nicht verlieren weil wie gesagt am ende sind schwierig wenn man erst aus dem kampf raus ist schaut auf jeden fall bei snobly vorbei schaut ihre sicht der dinge anschaut ihre reaktion auf blendpuder dings bundle b hat sich bestimmt gefreut aufgegangen ist oh mein gott und krit interior dass mir das irgendwann mal in den hintern beißt ich wusste es ich wusste es ist auch noch snobly ja wie dem es sei schaut auf jeden fall aus ihrer sicht der dinge schaut auf jeden fall bei allen anderen teilnehmern vorbei und dann würde ich sagen habt noch schöner mittag abend tag und nice life macht's gut es ist free real estate